Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch drei Stunden, um zu sterben. Denn der letzte Sinn des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurieben. Ein Zustand, vollkommener Unsicherheit und Anarchie, aufgebaut auf den zerschönen Idealen einer Welt, die zum Untergang beurteilt ist. Wenn die Menschen vom Terror des Verbrechens herrscht, vom Grauen und Entsetzen toll geworden sind. Wenn das Chaos zum Urdenkgesetz herrscht, dann ist die Stunde der Herrschaft des Verbrechens da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Licht ist ausgegangen!